Machen langsam alle. Los, dreh den Trinken. Das ist die süße Lümpfe. Das bin ich auch nicht mehr gewöhnt. Warum guckt sie mich so an? Ich bin ich wohl nicht. Was soll ich denn machen? Jetzt ziehst du natürlich gleich deine Schuhe aus. Na, aber du kennst mich doch an. Fass mal an, ich hab voll die Ecke. Deswegen hab ich zwei Paar Sachen ausgepasst und dann kam ich die Stiefel an. Ich hab die Stiefel seit meiner bösen Anzeige mitgebracht. Du bist mir angehabt als das alte Mal wieder. Oh, aber du hast schöne Socken. Aber die ist nicht erwärmt. Ey, da müsstest du noch so ein bisschen hochgestritten. Ja, mach mal weiter. Ja, mach mal weiter. Aber das nächste ist zu wenig. Von deinem Osterchen sieht doch gar nichts. Nur, wenn du meinst, weil du noch rauskommst. Eigentlich filmt das, ja. Ja, wenn du mich anketten willst, dann hält die ganze Zeit draußen fest. Ja, warum muss ich mich um deine Frau kümmern? Sag ihm, dass ich Kira hier reinbringen. Sag ihm, dass ich Kira hier reinbringen. Ja, du kannst, äh... Seht ihr nicht im Film zu ändern? Ihr habt ja nicht noch extra Licht. Hahaha. Äh, der Film ist jetzt wieder abhauen und dann, ähm... Mal, ich gleich. Das ist hier im Tor hier lassen. Oh, das ist extra Licht. Jetzt sehen wir auch, was da passiert. Guck mal, ich bin ein hübsches... Kira, komm her! Kira, komm her! Kira, komm her! Lauf, Baby! Was geht denn? In der Weltverkehr, der Beat rumpf! Oh, bitte! Oh, ne, komm! Oh, ne, komm! Nein! Niemals! Da verschwindet die Jung-Octeel! Scheiße! Immer aktiv, Jura! Ah, echt? Du bist jetzt in der ganzen Zeit auf die Kurve, oder ist das so lange wie zusammen? Ja, ich muss mal ein bisschen... ...forschen, Jura. Also richtig so, wach das mal! Wie das ja aussieht, auch noch! Ja! Oh, wo steht da aber jeder auf das? Nee, nee, nee! Das ist meins! Das hab ich mir gerade frisch aufgemacht! Nein! Das ist meins! Lügen ist rum! Alles meins! Alles meins! Alles meins! Alles meins! Alles meins! Und, ja, alles, dass wir hier im Haus schäzen! Das war alles! Noch mal. Ach, das ist so. Ah, das ist eine! Ja, noch mal. Ach so! Ach so. So, okay. Meine Hand gibt's nicht! So! So, ja, ja! Die Kamera ist der Halterung für Safety. Ja, ich habe hier eine Profi-Construction-Serie gebaut. Ich wollte ja eigentlich nur noch mal filmen über coole Rastlasen. Ich wollte schon mal filmen über coole Rastlasen. Das muss ja ewig noch bleiben, so lange wie der nicht aussteuert hält. Habe ich da irgendwie ein bisschen? Na ja. Mach mal bitte euch mal an, ich habe mal Zeit mit dem Kino. Ein bisschen groß muss, oder? Geht ihr das schon noch? Nein, 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 ich musste nicht... Bleib ruhig! Bleib ruhig! Ich habe mich auch schon... Ich habe mich auch schon... Ich habe mich auch schon... Ich habe mich auch schon untergefunden. Ich will dich auch, oder? Na ja, hör auf die nächste... Ja. Ich habe mich auch schon, oder? Nein, das ist so... Nein, das ist so. Aber du hast einen Flamingpool, dann hast du den Nippel! Geht sich wieder los. Du hast einen Flamingpool, dann hast du den Nippel! Nein, aber mir ist es noch gar lang! Das ist ein beschissener Weg! Ich muss dich aufpassen, ich darf 15 Dollar hochgehen. Ich muss dich auch schon, oder? Ältal wie ich mal die Dione hier achttere.